Ich danke an alle, die unser Musikvideo geteilt haben. Uns wird unterstellt, dass da irgendeiner Geld dafür gekriegt hat. Keiner hat Geld gekriegt. Keine Karte, kein Regisseur, kein Musiker, kein Schauspieler. Und uns wird unterstellt, dass wir gelogen hätten im Text von dem Song. Hier ist das ausgedruckte AfD-Parteiprogramm und jetzt zeige ich euch die Stellen. So, nur als Beispiel auf Seite 12, da geht es um die Quote. Auf Seite 24 stellt Linz strafmündig ab 12. Auf Seite 40 und 41 geht es um die Haltung der AfD zu Schwulen und Lesben. Auf Seite 44 geht es um die Inklusion und behinderte Kinder in der Schule. Auf Seite 48 geht es um die Abschaffung der Kulturförderung und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dann ist Schluss mit daheim ist da warm und wenn man die Tuschgärte auf Bayern bleibt. Auf Seite 65 die Königung des Pariser Klimaschutzabkommens und auf Seite 66 den Erhalt der Kohle- und Atomkraft. Die AfD jammert überall rum, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Aber wenn wir unsere Meinung sagen, dann flippen Sie aus und wissen warum. Weil es alles stimmt, was wir da singen, was wir da sagen, weil es so im Parteiprogramm steht. So ist es nochmal. Servus!